Hallo Leute, heute erfahrt ihr alles, was ihr zum Staken bei Helium wissen müsst. So, heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass die Validator bzw. Staking Notes bei Helium aus der Beta in das Mainnet gestartet sind. In meinem ersten Helium-Video habe ich das ganze Thema mal am Rande angerissen. Heute möchten wir uns etwas ausführlicher damit befassen. Für die Leute, die allgemein gerne erstmal wissen möchten, was Helium eigentlich ist, empfehle ich mein erstes Video. Ich verlinke euch das mal in der Infokarte. Aber bevor wir in das Thema Validator Staking Notes einsteigen, schaut euch erstmal diese Zahlen hier an. Es war ja in meinem ersten Video auch so, dass das Netzwerk noch kaum genutzt worden ist. Mittlerweile sind hier alleine in den letzten 30 Tagen Data Credits im Wert von 1,4 Millionen US-Dollar ausgegeben worden. Und für die Leute, die sich noch nicht mehr daran erinnern können, Data Credits, das war das, was man brauchte, um die Hotspots, die da aufgebaut werden, eben auch nutzen zu können, um sich dort Datenpakete zu erkaufen. Ja, also sehr, sehr wichtig, dass dieser Wert hier kontinuierlich steigt und nicht nur der Wert der Hotspots insgesamt, weil das bringt uns ein Netzwerk, was wir hier aufbauen, was am Ende keiner nutzt, weil dann wäre auch die Kryptowährung nichts wert. Aber so, wenn es weiterhin so gut genutzt wird und in Zukunft natürlich noch viel mehr, dann läuft das Projekt, dann hat das Projekt definitiv Zukunft, also immer schön diesen Wert hier im Auge behalten. Finde ich auf jeden Fall krass. Vergleicht mal die zwei Werte. Hier ist das deutlich, deutlich angestiegen. Ja, aber kommen wir zum Thema. Heute geht es ja um die Validatoren-Nodes. Und zwar gestalten die das Ganze so ein bisschen wie bei Ethereum und bei anderen bekannten Coins, die gesagt haben, komm jetzt gibt es hier mal irgendwelche Validatoren. Im Grunde genommen ist das vergleichbar mit einer klassischen Masternode. Ihr braucht hier mindestens erstmal 10.000 Helium-Tokens, um überhaupt eine Validatoren-Node aufzubauen. Ja, das ist nicht so, dass ihr sagen könnt, komm, ich habe da mal einen Helium-Token rumliegen, den nehme ich jetzt. Nein, das geht nicht. Ihr braucht wirklich mindestens 10.000 Stück, wie man das auch von diesen anderen Coins so kennt, die Validatoren-Nodes anbieten. Ja, und man brauchte, damit das überhaupt ins Mainnet gestartet ist, anfänglich erstmal mindestens 100 Validatoren. Die gibt es jetzt mittlerweile und deswegen ist das Mainnet eben gelauncht. Also insgesamt eine Million Helium, die da staken. Wir sind jetzt gerade hier bei diesem Schritt hier und wenn wir uns mal die Grafik hier anschauen, bei einer Million gestakten Stück. Wir schauen uns gleich mal an, wie viele es mittlerweile sind, aber da hätte man einen Return on Investment von 360% pro Jahr. Das heißt, man vervielfacht fast das, was man da so reingesteckt hat. Ziemlich krass, aber ihr seht schon, mit der steigenden Anzahl von gestakten Heliums wird das immer weniger. Bei 10 Millionen sind wir schon nur noch bei 36%. Ja, dass ich schon nur noch sage, nicht so ernst nehmen. 36% ist immer noch ein brutal guter Wert. Wer macht schon 36% Rendite? Ja, ich weiß, im Kryptomarkt geht das schon, aber trotzdem 36% safe Rendite muss man auch erstmal haben. Ja, was gibt es hier noch so zu sagen? Natürlich ist das alles nicht so einfach, wie wenn man sagt, komm, ich nutze jetzt einfach zum Beispiel den Jumpcoin oder den Redcoin oder PIVX oder whatever und stake die einfach mal. Lass einfach mal so das Wallet laufen und dann kriege ich einfach ab und zu mal ein paar mehr Coins. So einfach ist es absolut nicht. Nicht nur, dass ihr erstmal überhaupt 10.000 Stück braucht, dass ihr wie bei einer Masternode einen Server braucht, der 24-7 läuft, das kommt nämlich auch noch dazu. Nein, sie machen es noch schwieriger, indem sie sagen, wir brauchen erstmal einen guten Server und wenn ihr sagt, ihr wollt da wieder raus aus der ganzen Geschichte, dann dauert es ungefähr 5 Monate, bis ihr eure Node wieder auflösen könnt und eure Coins wieder bekommt. Ihr könnt auch nur exakt 10.000 Helium in diese Validator-Node packen. Wieder eine Analogie zum Thema Masternodes, da muss man auch immer genau die Anzahl haben, die man da braucht. Und hier ist es auch so, 10.000 Stück mit diesem kleinen, aber feinen Unterschied, dass man 5 Monate warten muss, wenn man diese Node eben auflöst. Und in diesen 5 Monaten ist das Ganze sogar noch krasser. Ihr werdet in der gesamten Zeit keine Rewards bekommen. Also die 5 Monate, die ihr dann warten müsst, wo ihr euch entschieden habt, ihr wollt da wieder raus, bekommt ihr nicht mal mehr neue Coins. Also eigentlich ziemlich krasse Anforderungen, erstmal an den Normalo. 5 Monate ist wirklich auch nicht ohne, wenn ich jetzt eine normale Masternode auflöse und möchte die Coins wieder haben, dann kann ich das instant machen. Und so ist der Ausstieg einfach extrem schwierig. Natürlich sorgt das im Umkehrschluss dafür, dass die Leute, die sich sowas hier aufbauen, es sich 10 oder 20 mal überlegen, ob sie da jetzt wirklich aussteigen wollen. Und wenn sie dann aussteigen, wissen die überhaupt gar nicht, wo ist eigentlich der Preis in 5 Monaten. Vielleicht dachte ich mir so jetzt, ich löse die mal auf, kaufe mir in, keine Ahnung, Haus davon. Ich meine 10.000 Stück mal, ich glaube 10 Euro ungefähr ist ein Coin wert. Ist auch schon ein Haufen Geld. Und wenn der Coin nochmal ordentlich gestiegen ist, denke ich vielleicht so, ach komm, ich löse die Node mal auf und gönne mir mal. Ne, sofort gönnen geht da nicht. Ich muss erstmal 5 Monate warten und mal angenommen der Kurs wäre dann um 90% eingestürzt, ich hätte echt ein Problem. Ja, also blöd gelaufen kann man sagen. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass man unabhängige Staking Provider benutzt, also Staking Anbieter, wo man sich zusammenschließt. Weil wer hat schon so viel Geld, um sich eben hier so eine Node selber zu machen. Nein, man kann es ja sich auch einfach mit anderen Leuten teilen und ein Anbieter übernimmt das zentralisiert und sagt, ich sammle von den ganzen Leuten die Coins ein und mache daraus dann eine Node. Ja, das ist alles möglich. Viel mehr gibt es jetzt hier auf der Seite nicht. Ich möchte aber gern nochmal so ein bisschen auf ein paar Details eingehen. Ja, hier steht auch noch was davon, dass wenn diese Node mal zeitweise nicht online ist oder die etwas macht, was sie nicht tun soll, dann gibt es auch noch Strafen. Ja, ihr kennt es auch von den Ethereum-Nodes, dass wenn da mal die Node offline ist, dann kann es auch gleich sein, dass ihr sogar ein paar Coins verliert. Und genauso ist es hier eben auch. Aber schauen wir uns erstmal an, was so eine Node eigentlich kostet. Wir hatten ja 10.000 Stück, die wir brauchen. Das Ganze mal ungefähr 9 Euro. Sind wir aktuell bei 90.000 Euro, was so eine Validator-Node kostet. Jetzt nochmal eine andere interessante Geschichte. Es gibt im Moment schon 87 Millionen Helium-Tokens und wenn wir mal in den Explorer schauen, ich klicke jetzt hier mal auf Validatoren, dann gibt es da im Moment 3,37 Millionen, die hier überhaupt nur aktiv gestaked werden. Von den 87 Millionen ist das noch gar nicht so viel. Ja, Supply Stake 3,65% sind es nur, mehr eigentlich nicht. Und hier kommen wir auch schon zu dem Thema, wie viel sind eigentlich gerade hier im Stake und wie hoch ist denn aktuell noch der Return on Investment im Moment knapp 60% pro Jahr. Also nichts mit knapp 400%, sondern im Moment 60% und das schon bei nur 3,65%, die im Moment überhaupt gestaked werden. Also der Wert könnte nochmal ordentlich runtergehen, gerade wenn es dann Anbieter gibt, die sagen, wir machen das im Kollektiv und machen da halt so eine Note für 50 Leute oder so. Und wenn dann ganz, ganz viele Notes online gehen, dann wird dieser Wert nochmal sehr, sehr stark und rapide absinken. Ganz logisch, oder? Übrigens ist das hier der neue Explorer. Ich finde den ziemlich, ziemlich nice. Also grafisch ist der extrem aufgewertet worden. Wenn wir hier mal irgendwo reinzoomen, dann ist das jetzt hier deutlich schöner dargestellt, wie in so kleinen Bezirken, was hier so eine Note abdeckt. Ein Hotspot muss ich sagen. Also hier, das sind die Hotspots, die ihr hier auf der Karte seht. Die könnt ihr auch nach wie vor anklicken. Aber der Explorer ist schon deutlich hübscher geworden. Ich kann jetzt hier auch einfach mal irgendeinen anklicken und dann sehen wir hier genau die Einnahmen von dem. Ja, also wenn ihr den hier auch mal aufrufen wollt, dann gebt doch mal einen Explorer-Beta.helium.com ein. Und dann kommt ihr auch auf diese schicke neue Seite. Ja, und hier findet ihr eben auch alle Daten, auch zum Thema Hotspots, der 30-Tagestrend. Da sind 23.000 neue dazugekommen. Die letzten, die da dazugekommen sind, das alles könnt ihr hier jetzt in einem Explorer sehen und in natürlich viel schicker. Wenn ihr jetzt immer noch sagt, boah, so eine Validator-Note hört sich mega interessant an, dann gehe ich nochmal weiter in die Details rein. Hier werden nochmal die Strafen etwas genauer beschrieben. Ich will da jetzt auch gar nicht so krass ins Detail gehen. Nur mal kurz überfliegen. Ihr fangt hier mit einer normalen Strafe von 0 an. Logisch, wäre auch irgendwie komisch, wenn ihr von Anfang an irgendeine Strafe für was bekommt, was ihr nicht getan habt. Und dann erhöht sich das eben mit euren Fehlern, die ihr hier macht. Zum Beispiel, indem es eben eine Downtime gibt, ihr zu langsam antwortet oder ähnliches. Ja, und dann heißt es einfach, ihr kriegt weniger oder ihr kriegt vielleicht sogar etwas abgezogen. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter in die Dokumentation rein. Ich zeige euch hier aber auch nur das Wesentliche und was ich persönlich als am spannendsten empfinde. Hier ist nochmal beschrieben, wie die Validator-Notes überhaupt funktionieren. Also wie das ganze Netzwerk im Grunde genommen funktioniert. Es gibt ja die Helium Blockchain. Dann gibt es natürlich die Geräte, die das Netzwerk nutzen. Das sind nicht die Hotspots, sondern das sind irgendwelche IoT-Geräte, die greifen auf die Hotspots zu und bekommen so ihre Datenpakete, die sie brauchen. Nummer zwei sind also hier, das hier sind die Hotspots. Und die geben das eben hier an die Validator-Notes weiter und die müssen das Ganze verifizieren, bestätigen und erst dann wird das Ganze in die Blockchain geschrieben. Das sind hier diese drei Schritte. Natürlich stark vereinfacht, aber ich finde es reicht, um diesen ganzen Vorgang einmal zu verstehen. Jetzt vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, was ihr eigentlich so an Hardware braucht. Hier steht mal mindestens eine Zwei-Kern-CPU mit drei oder mehr Gigahertz. Ihr solltet Ubuntu 20.04 haben. Ihr könnt dafür einfach auch Docker verwenden. Ansonsten 8 GB RAM. Hier steht noch was zu Geekbench-Scores. Das finde ich jetzt aber etwas zu übertrieben. Ja, also natürlich solltet ihr die einhalten, aber da möchte ich jetzt nicht weiter im Detail drauf eingehen. Dann mindestens 256 GB Speicher. Und natürlich müsst ihr auch hier mal einen Port freigeben, aber das sind eher so technische Fragen. Mir ging es jetzt hier eher um die Hardware, die ihr dafür braucht. Also ihr seht schon, dafür wird wahrscheinlich auch kein 5 Euro V-Server reichen, sondern da muss schon ein bisschen was Besseres her, damit ihr die überhaupt laufen lassen könnt. Aber wenn ihr da schon 90.000 Euro in so eine Node investiert, dann macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr, ob ihr jetzt 30 Euro im Monat für so einen Server bezahlt oder nur 5 Euro. Also Hauptsache er läuft und er verdient euch eure 60% im Moment an Return on Investment. Ja, alles ziemlich spannend. Natürlich ist das für jeden möglich, da mitzumachen. Ich persönlich sehe das Ganze aber eher so, dass da nur die großen Fische mitmischen. Ich würde euch auch nicht empfehlen, dass ihr da auf so einer zentralisierten Plattform mitmacht, wo ihr eure Coins abgebt im Grunde genommen, wo ihr da nicht mehr den Private Key zu habt. Wie oft wurden schon solche Services ausgeräumt? Das Risiko würde ich nicht eingehen. Also entweder ihr könnt es euch leisten und ihr habt da wirklich Lust drauf, aber dann müsst ihr euch natürlich viel Arbeit machen, müsst bereit sein sowas überhaupt zu investieren. Euch muss klar sein, dass die 60% vielleicht gerade in den ersten zwei Monaten realistisch sind, aber in einem halben Jahr stehen da vielleicht noch 15% oder auch noch weniger. Wer weiß das schon, alles ist möglich, aber wie gesagt, ich sehe das Ganze eher für Leute, die ein großes Budget haben, die viel Geld haben, da noch mehr reinzustecken und die sagen, ach komm, so ein 500 Euro Hotspot, das ist doch alles nur Kinderkram oder so. Also für die wird das interessant sein, für den Normalo, beziehungsweise für diesen Kanal ist das eher nichts. Ja, also ich sage mal, wenn vielleicht ein bis zwei Prozent meiner Zuschauer sich das leisten könnten, dann gibt es von diesen ein oder zwei Prozent vielleicht noch 10 Prozent, also von den ein oder zwei Prozent 10 Prozent. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, die da überhaupt noch Bock drauf hätten. Das heißt, für die bräuchte ich das gar nicht zeigen, mal davon ab, dass ich es mir überhaupt erstmal leisten müsste und das kann ich auch nicht. Also werde ich euch wahrscheinlich nicht auf diesem Kanal zeigen, wie man sowas in irgendeiner Form einrichtet. Einerseits, weil es für den Großteil uninteressant ist, andererseits, weil mir da auch einfach ein bisschen das Budget fehlt. Aber trotzdem wollte ich euch das mal in diesem Video zeigen, weil sich bestimmt der ein oder andere einfach mal fragt, was hat es damit auf sich, wie funktioniert das, was brauche ich. Einfach, um es zu wissen, auch wenn man am Ende das vielleicht kategorisch ausschließt. Ja, Leute, das war es weit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Jetzt würde mich wie immer eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren interessieren. Also lasst es mich gerne wissen, was ihr von dem ganzen Thema Staking bei Helium oder generell von Helium haltet. Ich freue mich wie immer auch sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abo. Sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid, aktiviert dazu auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Denkt auch wie immer an die Jumpcoin-Aktionen und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut, Leute, bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!